na hi wie ist eigentlich die soundqualität hört man uns gut und haben uns beide gleichmäßig ich glaube die kommt aber wird schon passen ja wir wissen aber letztes mal haben wir ein bisschen was gemacht und jetzt gibt es anscheinend wieder eine kleine abspeilung jetzt wo ich die macht habe ich mal kurz ausgucken sagen wir haben jetzt gerade irgendwie ein rätsel gelöst ja hier kann man nur okay und das ist aber auch ein bisschen der weg zurück glaube ich auch ja da oben führt das stimmt dass er vorhin zunehmend ist mir jetzt mal würde ich jetzt mal hier ein glaube ich okay wieder so wir vielleicht also ich bin dumm bin ich so klug so fast gute qualitäten ein bisschen länger fritz irgendwann kommt das ist irgendwie so ein hauptschalter oder kann jetzt auch wir sind oder es hat sich genauso wie wir es vorher auch schon hatten na denn ich habe gewohnt einfach nur das obermal vielleicht auf einer seite irgendwas das ist beides gleichzeitig und auch die lücken von drüben ja okay das heißt hinter mir fährt gerade auch der weg gehen unter umständen geht es halt nicht was du gerade machst weil da halt was blockiert ist die gleichen lokierungen keine ahnung keine ahnung wenn wir da kommt noch was oder ich muss wirklich blind irgendwas machen naja gucken machen wir das was wir machen können wenn man erst mal drauf losfahren und das wird schon passieren überlegen was wir ja sollten wir auch noch tun dass sie also auf statuspunkt aussuchen da geht der einzig start da geht in ungenommen hat bei anderen drei gehen ich sie ja fast so einladen wo ein land aus der fall ist immer den weg lang und ist auch klug und die kabel so jetzt muss ich noch mal die jetzt muss ich noch mal die andere seite es muss wahrscheinlich wirklich jetzt einfach spiegeln kann da sein gut möglich doch geht nicht das spiegelt oder wobei doch 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 funktioniert ist komplett gespiegelt ja okay muss ich mir das merken hier das ding und dann die zwei das ding halt machen so gemacht hast habe ich gerade mein kopf schnell wenn ich zurück zurück genau jetzt durchziehen und die zwei machen oder so fünf aber ja zweiter machen foto machen dass damit gleich fast das gleiche runter ganz hoch dann darum runter wollen ich habe ich habe wirklich so halt wenn man so was kann ich nicht bisher gerne schrittchen weise machen aber es geht ja irgendwie schlecht so was kriegt man hier nicht hin ist unglaublich ich weiß nicht mehr gegen ich will nicht so gucken gegen wir weg da vor allem weil es halt noch mal gespiegelt ist das ist das schlimmste das verwirrt mich ich habe jetzt einfach nur ganz hoch und an diesen bogen machen und da hat so weiter runter wie es geht im rhein also richtig versuchung die muster zu merken die merken wie du gehen musst jetzt kriegst du das besser hin das ist das muster fokussiert und halt so geht so eine schlaufe also es wird auch muster was auch so eine weg beschreibung das sind erst mal gucken wie du gehen musst aber es war eigentlich ziemlich einfach jetzt war ich glaube ich war ein ende ja du hast es schon richtig gemacht und das ende war nicht richtig warum ist das jetzt aus das würde ich aber jetzt hier noch mal falsch ist das denn jetzt noch mal das davor lösen also genau runter runter hoch bogen darum und dann links rein da kommt jetzt der strom wieder an dumm okay ich habe keine Ahnung was das war also theoretisch einfach nur so runter hoch runter hoch und rein das anders gespiegelt das ist das gleiche nee guck mal hier ist der ausgang hier unten ah da ist er da guter hinweis dann müssen wir ja hoch runter genau also hoch runter ja genau ja genau so kurz ja 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 hoch ja ja ist gut du musst das haben ja runter hoch eigentlich immer so hoch wie geht genau hoch runter warte kurz mal ja genau so weit wie geht runter wie es geht und so hoch wie es geht genau so ja ja ok weil es gerade nicht ganz unten war aber es geht halt auch nicht weiter geht auch hoch hoch runter hoch und dann da rein meine güte ok jetzt wird es schwer egal wie es geht Kling Symmetrie wie das Geräusch kennen ich tatsächlich das neue PS5 Kling ist ok also ich verstehe weil ich verstehe was dich stört mich ich spür's auch gerade ich finde das Geräusch nicht scheiße oder so aber das PS4 und 3 Kling ist halt so befriedigend so ting aua das hat mir gerade in die Brust gestochen aua was machst du das gut ist du ein bisschen ne ich weiß ich gut ich hab da glaube ich nur einen Pickel oder keine Ahnung hmm ja was ist denn das ist das so ein Laserpointer ist das ein Titan den wir jetzt befreit haben was sagt die Trophäe die wir gerade bekommen haben Symmetrie was sagt die wir können ja mal hier PS5 äh Trophäentwecker ne ja also nachverfolgen Activate the Symmetrie Laser ja guck mal da wir haben Laser aktiviert wir haben Symmetrie Rätsel gelöst da fein wir jetzt ein Rätsel pjuu jetzt können wir abhauen ja schon abhauen aber wir hatten da unten noch ich glaube das ist das unten für dann wahrscheinlich wäre das so ein Foto würde ich behaupten weil es halt wieder quasi so ein optionales Ding ist mhm in dieser Welt guck mal bisschen nervig dass ich hier mal dem Weg folgen muss ähm äh so erstmal wieder ganz simpel her DAS DIN ja das haben wir schon gedacht ah ok ich sehe schon das sind so ok ich sehe nix ach so die umgebung umgebungsrätsel was habe ich immer mal gesehen deswegen genau so fragezeichen ja gut aus denke ich muss das ist ein auf jeden fall passen dann wird das andere auch vorgeschrieben da können wir da überlaufen würde ich überhaupt noch mal überlaufen aber lang können wir lang laufen also da lang kalt da rechts da so was hat sie kann ich schwimmen und john marston aber das ist gut in die umgebung rein aber es ist wahrscheinlich deine dinge nur als aber ich glaube guckst nicht gut rein assume die automatisch dahin da er dann er macht automatisch und auch kann auch so jetzt habe ich schon das weiter das ist schon das zweite ding denke ich ja stimmt ne vielleicht einfach hier 3 1 4 3 wahrscheinlich 3 1 5 3 1 5 würde ich schon mehr behaupten 3 1 5 3 auch gut ich möchte den booster jetzt benutzen 1 5 3 1 3 1 2 ein pass auf der resten level 5 ist einzeln übrigens molly was gut doch nicht aber die raute halt 1 5 3 5 1 5 3 5 keine ahnung jetzt eigentlich schon vorgeschrieben mehr oder weniger weil hier ist noch ganz nah und mach mal gucken was passiert wenn ich wenn ich auch wenn ich das mache dann schauen muss immer so positionieren das ist dann so sagen sie nur die drei weißen oder weißen dann manchmal noch zwei also das ding als nächstes kann doch jetzt dazu und ich sage mal behaupten weiß ich nicht so das ist ja auch komisch natürlich schon einer muss ja trotzdem mal das würden sein irgendwie ja was ist es jetzt also wenn es erst das dunklere auch noch mitnehmen es ist ein 5 3 3 5 glaube ich aber es kann doch nur einer sein da hinten das ist dann 5 1 3 5 1 3 5 1 3 3 nicht 5 3 1 3 1 3 5 oder 1 3 also mit dem groß aber halt optisch näher gibt es auch bei der sonne gibt es ja einmal die richtige helligkeit sondern hat eine helligkeit und dann gibt es noch diese scheinbare helligkeit die helligkeit wie sie als hier ankommt auf den stern da haben halt alle sterne der weiten fänden hat bescheiden sehr geringe scheinbar helligkeit aber tatsächlich eine riesige helligkeit das haben wir jetzt alles gehen wir noch mal ja wir haben kabel weiterführen eigentlich nur irgendwie nicht aber was hier hat sich irgendwas geöffnet oder so das ist einfach nur mach mal und unter den ersten kissen keine falltür war eine ablenkung habe ich das gemacht einfach unnötig gemacht hätten wir mit guide gespielt meine güte dann hätten wir jetzt schon platin dann hätten wir nicht grüße ihn raus an julian mark julian brauchte deine hilfe für platin ne ja ich brauchte und du hast mal einer also wir waren alleine zu zweit ist das der richtige weg keine ahnung also ja wir gehen jetzt noch mal hin und ah ja genau ich komme der weg zurück the way back ok wenn die lese aktiviert das ist ja auch quasi abgeschlossen jetzt nur also wie geht es weiter ist einfach abgeschlossene am hafen war ja auch nichts mehr ok da war das eine ding noch was denn man es geht noch nicht necker ruf becker das rufen erinnere mich noch ein bisschen an dieser steine mecker ich weiß auch nicht einfach mal ein paar monate hier rumlaufen ignorieren wir ihn hat nichts zu bedeuten ich war der pfeiler ja warum wir diese ruine da rein der fahrstuhl oder röhre röhren oh gott nichts bei der runde gucken kann man übrigens nicht da hat er unten als ob da ist man dann später und da kann man halt eine abkürzung wieder hier hoch ist auch unter anderem das was meint dass man halt dann quasi backstage bereich herumlaufen kann dann sich die wege eröffnen können so ein bisschen wie bei meinen minecraft adventure maps frage ob das bei deinen adventure maps geplant war den bereich verlassen den eigentlich nicht sollte backstage oder wie bei portal ist kein bienenwaren muss da ein bisschen zwei dann hier ja es ist habe ich gelöst schon hier kann man es nach unten verlassen eigentlich ist doch das da verkauft wird man die bildschirme mal direkt das ist das springen könnte ok weil man kann ich auch ok ich verstehe es nicht so ganz was man hier richtig ausgang nehmen hinweis ein hinweis ein hinweis zwei paar nicht klauen die ruine meinst du da hättest noch eine ruine es liegt dann ein blatt papier oder so jetzt brauchen wir wirklich ein foto so ein blatt papier wo es uns dann sagt das was das was die lösung ist das kann sein und deswegen geht ja auch einfach direkt aus und man halt nicht ratet die ganze zeit nett das ist das ist das kann ich auch lang fahren da hinten ist auch hier noch was weiter hinten auf der halbeinsel auf der wir gerade sind einfach mal gucken ob es hier irgendwie keine Ahnung so ein Settel oder so eine Aufschrift oder keine Ahnung wo wir uns jemals gleiche machen müssen also den kannst du dir die melodie derzeit spielen irgendwie ne Musik gerät sind mich dabei ich nicht komm wahrscheinlich nicht da oben vielleicht wenn du nochmal hoch gehst ne schönes Bild aber hm bisschen aus wie das was in meiner Hose egal äh geht hell tja wir werden mich hier nicht finden oh wir müssen das oben lösen wahrscheinlich ich weiß nicht wer ist der Backstage keine Ahnung ich meine Backstage hier alles nur Kulisse hier nichts ist echt es war alles überlaupt mhh ja ja wenn wir mal einen Laser aktiviert so schberries müssen wir mal einen Laser aktivieren um das Spiel so durchzuspielen das kann sein zwei Ports ja also dass dieser Sternmuster Ich brauche mal ICW-Delta der Zeit, soviel habe ich verstanden. Gucken wir mal hier in gewissen Positionen, da kenne ich Linien. Aber... Na, ist das Fahrstuhl. Hm. Gut. Ich würde sagen, wir folgen den Weg weiter. Aber der Weg ist hier irgendwie... Ende. Okay, das war's für den Display. Ja, theoretisch könnten wir einfach mal wieder zurückgehen, so ein bisschen. Das würde jetzt schon auf dem Weg zurücklaufen. Also du kannst es aber langlaufen, wie du willst, aber... Jetzt haben wir die Gabe theoretisch noch... Okay, das war übrigens auch nur das Waldlaufen an einer Stelle, aber... Ist der Bahnhof jetzt vielleicht? Geh noch mal kurz zum Hafen, guck dir noch mal diesen einen Bildschirm an. Für jetzt ist da jetzt was. Aber ansonsten war da, glaube ich, ich denke gerade ein Weg. Okay. Was ist das da links? Also, das ist die Maschine, ja okay. Naja. Gehe ich gerade richtig? Ja, wir laufen gerade jetzt quasi wieder dahin, wo wir gerade waren. Ja, ja. Ich denke mal, der Bildschirm ist jetzt nicht aktiviert, aber... Wahrscheinlich nicht. Jetzt zum Ende dieser Folge ist es auch eine gute Sache, die man sich angucken kann. Hm. Weil auch irgendwann... Also halt auch ein Kabel. Ich kann ja... Naja. Interagieren. Das kannst du überall mal so. Das war auch anders. Damals, weißt du noch... Letzte Folge. Na gut, dann gucke ich noch mal kurz, ob da wirklich ein Weg existiert, wo du sagtest. Meister quasi links an der Maschine vorbei. Links. So, wir sind ja gerade an der Maschine vorbeigelaufen, deswegen. So, was ist das, wo wir rüber nachgekommen waren? Davon da sind wir angekommen, genau. Okay, das war das, wo es meint, man kann einfach durch die Pampa laufen. Okay, kann man dann quasi... Ah stimmt, ja, hier. Wir sind dann hier einfach... Ja komm, der Weg. Ja, okay, hier geht's dann weiter. Drum drinnen da. Aha. Also dann... Nächste Folge, liebe Kinder. Hm. Seid gespannt, es wird brillant. Es fällt nicht, dass ihr auch eine Rucke, die versteht es nicht schon wieder. Die ruckelt nicht. Bis zum nächsten Mal. Aua. Tschüssi. Kackspiel.